also ich versuche natürlich da ein video drüber zu finden das vielleicht etwas aktueller den exit gibt es anscheinend schon über ein jahr sehe ich gerade deshalb das iron kann ich doch darum schmelzen deshalb kann es natürlich sein dass es ein paar updates gab kommt natürlich immer wieder vor und dass ich da einfach mal nach einem aktuelleren video schaue und es dann hoffentlich auch geht ich glaube alles was so mit dem ding zu tun hat tue ich mal da hinten in eine extra küste am besten hier so das nicht ich wollte auch eine spitze raus machen entschuldigung tut mir leid diese scheiße huschanfälle körper wolle ich auch nicht die scheiß bücher packe ich mal da rein jetzt habe ich zwei von denen so wie das so ich bin gespannt ob ich mir wenigstens hier von der spitze machen kann aber was auch nicht scheiße was ist es für einen kopf hier am leidete kühlen sie wird aufbauen r r r stopp 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 warte mal warte wie kriegt man das da oh leid das muss ich irgendwie gießen ich glaub ich ich glaub ich weiß wie jetzt passt auf jetzt gehen wir mal schlafen so ich glaub ja doch doch ich glaub ich weiß ey ich weiß wie man es macht da brauche ich aber wieder gold nehmen wir mal hier ein bisschen was mit ja ein bisschen mehr noch so dann nehmen wir mit scheiße das hab ich ja schon ne warte ah brauche ich das jetzt nochmal oh shit ah ich nehm's mal sicherheitshalber mit so das brauche ich nicht Aluminium brauche ich glaub 1,2,3,4,5 ohh ich nehm's mal ach', ich glaub sie warte mach ich aus dem jetzt was mach ich denn mit ok und wie mach ich aluminium ingots da raus hallo aluminium ingot cased aluminium ingot wirklich wirklich oh gott dann geht es bis auf ich wollte ein vier bleibt übrig so drei vier ok jetzt pass auf wir brauchen als erstes äh 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 fuck so eins so kann ich das jetzt hier drauflegen ja kann ich gut gut dann brauche ich eins von dem ich brauche das hier ich brauche das hier so 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 ok dann schmelzen wir hier mal 3 gold und dann füllen wir das da rein weil dann hat es nämlich schon die form dann müssen wir nochmal was von diesem von dem hier machen aber das kann ich einfach wieder aufschmelzen oder ja herkomm makine makine so ok warte ist das jetzt schon leer oh mein oh mein oh mein der braucht zwei gut ne warte der braucht drei äh 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 mama so weil jetzt habe ich das schon jetzt kann ich das dort liegen lassen mal die materialkost in halben aufgeschmolzen alles nein jetzt so so das liegen wir hier rein und jetzt jetzt äh äh ähm äh ähm 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 äh ich weiß auch was ich brauche erstmal Aluminium das heißt ich mach mal das weg und setz da mal so eins hin 2 gold rein jetzt brauchen wir noch die form denn ich brauche ich brauche aluminium erz schon wieder braucht es ja ja was war ich doch so alles klar so machen wir hier erst mal eins hier ist mal welche von denen kann ich jetzt das da reinhauen ja ok aber es passiert einfach nichts es geht nicht nach unten kann ich das da ok das geht ok 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 ich habe das gemacht glaube so ich hoffe es geht auf es geht genau auf ich glaube ich hätte ein bisschen mehr davon wachers gott ist da der ewig wohl so wieviel haben wir denn da dritten oh gott 33 oh gott ähm ich will einfach sagen sehen wir uns hier gleich wieder wenn ich die 33 Aluminium neuer zahl bis gleich